Hallo und jetzt willkommen zum heutigen Video. Heute der Gewinnspielauflösung der Babylon Box. Vor genau einem Monat habe ich dieses Video hier auf meinem Kanal hochgeladen. Das Unboxing zu der Babylon Box von Play69 am 12.01.2018 war das Ganze. Und das Gewinnspiel ist bis gestern 23.59 Uhr gelaufen. Wir haben mittlerweile den 13. Februar, also gestern 23.59 Uhr, ist das Ganze geendet. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt 94 Kommentare gestern. Da ist bis heute keiner mehr dazugekommen. Also 94 Kommentare unverändert. Wie bei den bisherigen Gewinnspielen werden wir auch hier wieder mit dem YouTube Random Comment Picker arbeiten. Bedeutet, wir kopieren uns einmal den Link des Videos. Dann wechseln wir hier zu dem YouTube Random Comment Picker. Wir werden hier die URL des Videos eingeben. Dann sagt uns das Programm, wir haben hier 58 Kommentare. Wie kommt die Differenz zu 94 zustande? Das ist deswegen, weil hier wirklich nur unique Kommentare gewertet werden. Bedeutet pro User, pro Kanal wirklich nur ein Kommentar. Also auch wenn man jetzt mit einem Kanal 10, 20 Kommentare verfasst hat, wird man wirklich nur einmal in diesem Gewinnspiel berücksichtigt. Also ihr seht die Differenz von, in dem Fall 36 Kommentaren, habe entweder ich auf Kommentare geantwortet oder eventuell haben andere Leute mehrmals kommentiert, je nachdem. So, jetzt werden wir hier auf Start klicken. Dann bekommen wir einen User, einen Kommentar ausgewertet. In dem Fall ist das dieser hier, BANHAMMER 1309. Also, Bestimmung oder Bedingung Nummer 1 war ja, ein Lieblingsline bzw. Lieblingstrack zu kommentieren. Das wurde hier gemacht. Lieblingslied wurde hier kommentiert. Tommygan, Lieblingsline ebenfalls. Dann haben wir hier noch das Instagram-Profil des BANHAMMER 1301, die Frage. Ich gehe mal stark davon aus, dass es sich hier um einen Mann handeln wird. Wir schauen mal ganz kurz, ob wir diesen Herren hier finden. So, das dürfte dann wohl das Profil sein. Jetzt schauen wir auch noch, ob er den Kanal abonniert hat. Jawohl, also wir sehen hier Unbox Kings abonniert. Also auch die zweite Bedingung wurde erfüllt. Und dann gab es als dritte Bedingung noch, dass das Bild auf Instagram, das ich hochgeladen habe, geliked werden sollte. Er schreibt hier Insta BANHAMMER 1309. Genauso, okay, gut. Dann schauen wir mal, ob wir diesen User hier noch finden. Jawohl, hier BANHAMMER 1309 hat das Ganze geliked. Sehr schön. Das bedeutet, BANHAMMER 1309, du bist der glückliche Gewinner. Ich werde dir die Babylon-Box sehr gerne zuschicken. Bitte einfach bei mir melden. Gerne per Instagram oder YouTube. Am besten per Instagram einfach eine Nachricht schicken mit deinen Adressdaten, dass ich dir die Box dann entsprechend zusenden kann. Ja, an alle, die nicht gewonnen haben, bitte nicht böse sein. Es wird in der Zukunft noch diverse weitere Gewinnspiele geben. Das war's für heute. Bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.